Touré setzt sich durch, gegen Malch Boric und er zählt spektakulär, das 1 zu 0 für die Offenheit. Demba Touré bereits sein drittes Saisontor. Demba, nur noch 2 zu 1, der Anschuss für GC Silva, ein Rückpass zur Umzeit. Pure Demba reagierte am schnellsten. Und der Sousa, Nunez, Goal, Nunez! Erfolgreich gegen Hozic und Renkli. Demba Touré, Volley, Einbelegenheit, ein super Tor entschied diese Partie. Praktisch jetzt Einbahnfussball, von den Grasoppers Demba Touré. Schöner Doppelpass, Touré, super spielt. Das dürfte es dann sein, auf dem glücklichen Fall von der FC und der Verlendung. Hervorragend, der Doppelpass zwischen Touré und Ceoane. Und auch machtlos, der Roman Rudolf, die Weidner-Goal. Das war klasse, wie es gespielt hat. Die Zürcher schalten viel schneller, viel schneller. Gute Flanke gab es jetzt, aber der macht den. Zuerst Philipp Degen. Umspielte ihn dann mit Leichtigkeit. Legte auf für Cihab. 3 zu 0 für Geze. Gute förmlich mit dem Meister. Peinlich war, was die Bars verboten. Kein Stunz, rein gar nichts. Jakin, der Jakin, der mag ja gar nicht nach. Touré, Jakin. Haben sich hier erklärt, dass Touré ganz schnell ist und Jakin schlicht und einfach nicht mehr kann. Touré, du meine Güte, das letzte Rundmeeting findet doch erst im August statt. Dieser Antritt und dann fehlen nur Zentimeter. Präzise, wie hier. Touré erlief den Ball noch. Seine Flanke erreichte Cabanas. Tor für die Grashoppers. Das 1 zu 0 Spielführer. Tourés Flanke kam ebenso perfekt wie dann das Timing von das Störten weiterhin energisch und mit Erfolg. Touré schnappte Ormann den Ball weg. Und in der Mitte schloss Eduardo diesen Angriff ab mit dem 2 zu 0. Das schwere UEFA Cup-Spiel vom Donnerstag noch in den Knochen. Dennoch steigerten sie sich. Touré auf Rogerio. Die Chirap bedient der Touré. 1 zu 3, nach 85 Minuten. Komm up! Die Chirap bedient der Touré. 1 zu 3, nach 85 Minuten. Zack vor dem Tor. Auch die zweitgrösste Chance des Spiels gehörte bis dahin also den Hoppers. Ihr Trainer Balakov. Ohne Eduardo und ohne Rogerio, aber mit Demba Touré. Und der überlief hier meist Torovic, Zuberbühler. Fans, Pavlovich für Touré. Kein Offside. Ba und Zuberbühler hatten das Nachsehen. Demba Touré 1 zu 0 GC führte. Von wegen Touré schießt keine Tore. Hier tanzte er die Gegner förmlich aus. GC wurde belohnt für eine wirklich starke Vorstellung. Klar stärker auch als diejenige des Titelfavoriten. Und das 1 zu 0 für GC nach 63 Minuten. Die Fahne des Assistenten blieb unten, der Treffer gültig. Cipo, ein steter Gefahrenherd für die eigene Abwehr. Auch hier wieder Ausgangspunkt des zweiten Gegentors. Touré hatte getroffen. 62. Minute, Touré, 0 zu 3. Die Kuh schien gemolken. Wieder lag der FC Luzern gegen seinen... Touré. Vorbei an Maistorovic, Touré, Tor. Herrlich gemacht von Demba Touré, dem Stürmer aus dem Senegal. Da hatte Touré, FCB-Abwehrchef Maistorovic, schwinglich gespielt. Die Basler Innenverteidigung offenbarte nicht nur bei diesem Gegentor eklatante Schwächen. Alles im Lot bei... Die Gäste verantwortlich. Demba Touré alleine gegen Vajrati. Pfosten! Touré brachte den Ball am Torhüter vorbei, aber nicht... ... und post Touré. Auf und davon und kurvt Benito und geht dann zu Boden. Schiedsrichter-Henny. ... blieben Djukic und sein Gegenüber Zibung ohne Beschäftigung. Jetzt geht sie mit Demba Touré. Touré im Zweikampf mit Maric. Setzte sich durch, der Ball war nicht draussen. Rückpass auf Bobadia. Achte Minute, 1 zu... Hier war es gut sichtbar. Der Ball blieb innerhalb des Spielfeldes. Und für Bobadia fühlte sich kein Luzerner zuständig. Touré auf Bobadia und der mit ein wenig Fortun. Die Gäste verantwortlich. In 16 m. Sastanbon Ballon. Und gut! Gut dem Baut Touré. Ah oui, c'était bien vu, bien amené. On revoit l'action. Ballon déposé sur la tête dem Baut Touré. In Afrika du Sud, son fameux but qu'il a marqué lors du Tournoi Mandela. Et qu'on le revoit aujourd'hui avec plaisir. Hier, äh, malqué. 1, Salatic. Touré. 3 zu 0. Auch für den Senegalesen war es die Torpremiere in dieser Saison. Gäste gewann klar. Bleibt seit dem 23. Juli und mittlerweile zwölf Spielen ungeschlagen. Mit Touré. Demba Touré mit der Entscheidung. Nein, doch nicht. Das gibt es ja gar nicht. Touré. 1 zu 0 für Gäste. In der Nachspielzeit. Das Unglaub. Es war nicht Touré, sondern Furios. Der den Ball ins eigene Tor. Demba Touré. Fand seinen Meister in. Mit gutem Kopfball. Trotzdem nach wie vor keine Tore. Kör im Spiel. Touré. Mit der Entscheidung in der 78. Minute. Wie er zum 2 zu 0 trifft. Wunderbar. ... ... ... ...